Strategie 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 Alle reden ja davon. Doch eigentlich weiß kaum jemand, was Strategie ist. Niemand weiß wirklich, wie wir eine gute herstellen. Was also ist Strategie? Warum brauchen wir Strategie? Ohne Strategie füllen wir unsere Zeit. Ohne Strategie verschwenden wir uns. Strategie ist unsere Leitplanka. Eine Art Richtschnur. Eine Strategie kann jedoch mehr als Richtlinie sein. Zum Beispiel ein gezielt entwickelter Plan. Ein Plan, der sich bewusst ist. Eine Strategie kann auch ein Trick sein. Ein Trick, um meinen Konkurrenten auszustechen. Eine Strategie kann ein Muster von Handlungen sein. Ein Muster wie ein Strom. Eine Strategie ist eine Perspektive, wie man die Welt wahrnimmt. Doch wie geht eine Strategie? Wohin geht sie? Eine gute Strategie hat keinen Anfang und kein Ende. Sie ist ein Prozess. Immer ein Fluss. Es ist der Fluss der Strategieaktivitäten. Der Prozess beginnt mit strategischem Denken. Es entwickelt sich strategische Bildung. Schließlich entsteht strategischer Wandel. Strategie ist Wandel. Evolution oder Revolution. Der strategische Wandel ist das Ziel aller Strategien. Eine Strategie besteht also aus Prozessen, die immer im Fluss sind. Die Stabilität des Fließens ist der Schlüssel. Wir brauchen strategische Landschaften. Es sind unsere Erfolgsfaktoren. Doch wie kommen wir dahin? Die Antwort ist... Strategie. Alle reden ja davon. Doch eigentlich weiß kaum jemand, was Strategie ist. Niemand weiß wirklich, wie wir eine gute herstellen. Was also ist Strategie? Warum brauchen wir Strategie? Ohne Strategie füllen wir unsere Zeit. Ohne Strategie verschwenden wir uns. Strategie ist unsere Leitplanka. Eine Art Richtschnur. Eine Strategie kann jedoch mehr als Richtlinie sein. Zum Beispiel ein gezielt entwickelter Plan. Ein Plan, der sich bewusst ist. Eine Strategie kann auch ein Trick sein. Ein Trick, um meinen Konkurrenten auszustechen. Eine Strategie kann ein Muster von Handlungen sein. Ein Muster wie ein Strom. Eine Strategie ist eine Perspektive. Wie man die Welt wahrnimmt. Doch wie geht eine Strategie? Wohin geht sie? Eine gute Strategie hat keinen Anfang und kein Ende. Sie ist ein Prozess. Immer ein Fluss. Es ist der Fluss der Strategieaktivitäten. Der Prozess beginnt mit strategischem Denken. Es entwickelt sich strategische Bildung. Schließlich entsteht strategischer Wandel. Strategie ist Wandel. Evolution oder Revolution. Der strategische Wandel ist das Ziel aller Strategien. Eine Strategie besteht also aus Prozessen, die immer im Fluss sind. Die Stabilität des Fließens ist der Schlüssel. Wir brauchen strategische Landschaften. Es sind unsere Erfolgsfaktoren. Doch wie kommen wir dahin? Die Antwort ist, werden wir nach der Schmerzen-Kreis fließt. Er wird sich die in und zum Beispiel freuen, auf der Schmerzen des Fluss ist der Schlüssel. Und vom Schmerzen des Flusss. Das ist kein Gerät.